Musik Fotografien nach Originalen des Meisters ist eine Bücherserie der Fotografischen Gesellschaft Berlin und wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts aufgelegt. Sie enthält aufwendig gestaltete Handabzüge von Fotografien, die nach Originalen der in den Büchern verewigten Malermeister angefertigt wurden. Unter anderem wurden in dieser Serie die Werke von Meyer von Bremen, Benjamin Wautier und Eduard von Grützner gewürdigt. Die Fotografische Gesellschaft Berlin wurde 1862 gegründet. Sie machte sich zum Ziel Reproduktionen von Ölbildern und der Architektur von Berlin fotografisch anzufertigen und diese Fotografien zu vertreiben. Diese wurden von Fotoapparaten mit großen Glasnegativen aufgenommen. Die Kontaktabzüge dieser Glasplatten sind von enormer Schärfe und äußerst hohen Detailreichtum. Dieses Buch mit Malereien des bekannten Künstlers Ludwig Knaus wurde im Jahr 1881 herausgegeben und ist einzigartig in seiner Aufmachung. Die Fotos wurden auf Karton aufgezogen. Das Buch selbst ist mit einer Widmung, datiert mit dem 27.09.1897 versehen. Es enthält zahlreiche Fotografien, die sorgfältig ausgewählt wurden, um die Schönheit und Qualität der Originale zu präsentieren und ist ein Muss für alle Kunstinteressierten und Fotografie-Liebhaber. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017